so einen wunderschönen guten tag meine lieben herzlich willkommen hier bei date by daylight ich spiele jetzt als killer ich spiele den nauti bären ja und wünsche euch somit ganz ganz viel spaß ich bin ganz gespannt wie die runde laufen wird ich werde jetzt hier mal ein paar fallen aufstellen und zwar hier so an den gens quasi hier ich habe die addons dabei wenn sie die fallen entschärfen sind sie verletzt und dass die fallen sich innerhalb von da hat sich schon aufgestellt von alleine so und meine perks sind nicht geborene strom schuss glaube ich möchte ich sagen und wenn ich die generatoren trete sehe ich die augen in der umgebung oh yes baby oh yes da bist du da ist doch jemand wie geht's haus so krankenschwester ist wenn sie sich heilen dann kann ich sie auch in einer entfernung sehen nicht geborener wenn sie mit der taschenlampe ankommen dankeschön komm mal ran hier auf mich da hast du wohl gedacht war ist hier der keller yes hier ist der porno keller let's go natürlich habe ich jetzt keine ruinen ich werde den tag nicht ruinieren aber naja mal sehen mal sehen wie die runde wird es ist meine map ich werde jetzt hier erstmal eine falle aufstellen in der hoffnung dass sie vielleicht reingehen und mich entfernen weil mittlerweile ist es ja so gepatcht worden dass wenn man in der nähe ist können sie runterspringen und das die uh hi das wollen wir ja nicht ne ah verdammte axt sie hat das gesehen gib mir die falle her also ich bin noch nicht so geübt Freunde hi oh 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 flink wie ein Wiesel so er wurde gerettet wo ist sie hin ich habe doch getreten okay gut kann natürlich auch wieder rein scheißen wollte ich gerade sagen ähm aber ist gerade jetzt jemand in die falle yes 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 und das bist du meine so super süße also ähm ja genau äh sie wickelt gar nicht okay cool okay okay aufstellen und bitte nicht selber reintreten das wäre sehr unangenehm ich werde mal den Jen treten hier oben ach der ist der ist okay dann werde ich hier den Falle aufstellen ich muss ein bisschen mehr Fallen aufstellen Freunde ich muss ein bisschen mehr Fallen aufstellen so obwohl die sich selbst aufstellen aber äh die hat sich getötet hallo hallo ein Schlag auf den Nacken hat noch niemanden geschadet komm mal her Schätzelein das Loch ist doch fein uh da wird hier gefimmelt das Fimmeln ist nicht jawohl danke für die Valette oh die hat wieder dran gefimmelt ne hat sie nicht okay du Dame die sind auf jeden Fall da ich wollte gerade sagen sie ist auf jeden Fall weg aber sie ist in die Falle getappt jetzt ist da oben jemand und will den Jen durchziehen komm mal her Mäusken komm schon ich will dein Poppes oh lass doch mal die Valette in Ruhe verflixt und zugenäht ist sie wieder nach oben hält sie die Finger oben dann wird man sie doch loben sie ist jetzt runter ja so ich trete mal den Jen in der Hoffnung dass ich wieder jemanden sehe okay cool nice 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 na komm mal her sie versucht mich gerade so ein bisschen abzulenken damit die anderen die Zens machen kein Problem ich hab sie so so wo ist denn hier ein Haken da ist doch kein Haken hier da ist die Sache also shit ich krieg sie nicht ich krieg sie nicht an den Haken oder hör mal auf zu ja die ist die ist hartnäckig flink wie ein Wiesel ist sie okay cool ähm der ist auf jeden Fall runter wieder sie wird wieder nach oben gehen da die anderen zwei die wollen an diesem Jen gehen das gibt es nicht Freunde hallo guck mal guck mal ein Schlag auf den Nacken hat niemanden geschadet so dann werde ich hier auch nochmal gegen treten zack bam boom und schon hab ich sie gesehen bam okay so aber dich bekomme ich jetzt an den Haken da war eine Palette das war jetzt sehr unangenehm so ich glaube sie hing ja sie ist jetzt zum zweiten Mal it's okay it is okay so da werde ich jetzt mal wieder gegen treten dann werde ich mal schauen dass ich hier die drei Jents äh für mich behalte weil äh drei Jents taketung so da wurde abgehuckt ähm ich würde sagen diese drei ne dem jetzt da oben zusammen lasse ich die da hinten nämlich laufen versteht er ja laufen so warte mal dann nehme ich den mal hier und mach mal einen auf diesen hier in der Hoffnung dass sie vielleicht doch reinlaufen so dann brauche ich mal hier hinten ne Falle weil ich glaube hier werden sie nicht mehr hingehen wollen oh ein Baum da war ein Baum im Weg doch mal ach die jump pinkie ey oh lol ey komm gib her oh shit ja so macht man das Freunde genau so habt ihr das gesehen genau so macht man das so also ich werde diese drei Jents werde ich für mich ja die können sie gerne machen aber ich werde trotzdem mal gucken gehen ja trotzdem mal so ein bisschen für die Punkte und so weil ich habe nämlich jetzt ah die haben den fertig gemacht verdammt achst kriegt die Tür nicht zu so ein shit aber auch na Mäusken so genau ach stimmt ja die Jents werden dann runtergesetzt in der Nähe wenn ich jemanden schlage ah so war das genau so war das doch irgendwie genauso und ich andert so let's go gut dann werde ich den hier ja ja das ist ah das ist jetzt ah das war dumm das war dumm dass wir den anderen jetzt hier fertig gemacht haben das war dumm aber naja gut man kann ja nicht alles haben war ach Schätzlein das warst du nicht so sie ist da hab ich gesehen wa hallo hallo so du bist rip mein fräulein dich werde ich jetzt hier an den hagen schön aufhängen zum trocknen und so na come on run let's go dann werde ich hier mal noch eine falle aufstellen und gucken wie es da hinten aussieht ja der weg ist zu weit Freunde der weg ist zu weit aber der ist der ist ruhig der ist ruhig da werde ich hier ganz entspannt eine falle aufstellen auch wenn der weg zu weit ist wird es sich sicherlich vielleicht wohl lohnen so hier werde ich die falle mal wegnehmen und zum ausgang bringen Freunde und zwar hier hin nicht so offensichtlich ja sie werden warte mal nicht dass ich reinrenne sie werden sicherlich da hinrennen wollen und ohne nach hinten zu gucken oder sie werden nach hinten gucken ah ist ja geil auf jeden Fall werden sie reinrennen na nein oh no das ist nicht gut hallo katie baby na meine zuckersüße zuckermaus oh verdammt nö einfach nö okay da hat jemand eine falle entschärft und hat sich verletzt yes baby kate lass ich mal in Ruhe die muss ja dann hier irgendwo noch sein das Früchtchen das Früchtchen ist hier noch irgendwo ja warte das haben wir gleich Freunde niemand doch da oben na na mein Zuckerhase so Palette kaputt Punkte für Pinky da wird da wird jetzt ein Jen hoch gehen das weiß ich opala 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 ah verdammt okay ich werde jetzt mal wieder zu den Jens gehen Freunde weil sicher sicher und so ne ups ja ja hier ist doch hier ist doch fein äh okay die drei ja ja okay das das wieder rein jemand ah verdammt ich wusste es Pinky man warum tust du das oh Pinky was hast du getan wo ist sie denn hin ach so ist er noch nicht aktiv opala sie ist hier lang sie ist hier ich weiß das ich rieche das ich kann sie riechen könnt ihr sie auch riechen okay dann werde ich jetzt hier mal gegen treten und gehe zu den anderen Jens und werde hier eine Falle aufstellen eine habe ich noch da da ist sie Geld Geld ich habe nicht gesehen guck mal da hinten läufst du Frohlein ach das ist so toll ne keine Versteckmöglichkeiten ist nur für kurze Dauer aber trotzdem ganz jawoll jawoll hat funktioniert mein Plan ich komme du schon wieder und in die nächste Falle komm mal her du Früchtchen ich bring dich mal hier hinten an den Haken die Sache hat einen Haken kannst du wickeln wie du willst und die nächste verletzt Katie Katie du machst Sachen so die Frage ist wo so jetzt werde ich hier noch eine Falle aufstellen durchs Fenster und so und die werden natürlich wieder aktivieren ja ich bin reingelaufen ich weiß Freunde ich weiß so warte mal äh okay die ist wieder aktiv ups sie wurde gerettet soll ich Tunnel und Exe starten nein ich gehe zu Kate Katie oh Katie mein Mäusken hahaha das war die falsche Seite würde ich sagen nicht hm meine Süße komm mal her guck mal da ist da ist für dich ein wunderschöner Haken ja tada so der ist runter das ist super ah die Jens sind natürlich hier mach ich auch mal schnell kaputt für die Punkte Freunde für die Punkte alles nur für die Punkte Punkte können wir gebrauchen so also das ist doch eigentlich eine ganz gute Taktik hier eine ganz gute Taktik okay 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 hier waren sie wieder dran die Frage wo ich sehe sie noch nicht oder ich war wieder blind ich würde gerade sagen was macht denn da so äh so eine Falle so einsam da hinten aber das ist ja vor dem Ausgang so einsam und allein verlassen so da oben nichts berührt hier nichts berührt oh da wird gefummelt Freunde da wird gefummelt yes guckt euch an rufe einer Krankenschwester meine Damen und Herren darf ich bitten bam okay sie ist hier rein noch ist sie drin so sie ist nach oben nein sie ist hier ja aber ich werde die Jens trotzdem weiter beobachten Freunde niemals ein kleiner Tipp wer jetzt als Killer neu anfangen will ein kleiner Tipp niemals zu lange den Survivor hinterherin achtet mehr auf die Jens wichtig und richtig Freunde guckt euch an jetzt waren sie wieder hier nein waren sie nicht okay das ist wichtig ja ich war der Meinung ich hätte was gesehen aber ja mehr als Spuren habe ich nicht gesehen gut also wieder zurück zu den Jens da da guck Sitter Spuren Katie du bist hier nice die anderen sind sehr sneaky da oben da oben Freunde da oben kommt schon zieh es runter und in die Falle let's go schnell hier drehen bam Katie 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 ich habe Lichtgeborener dabei du kleines Luderchen na 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 das also bitte meine Süße da ist doch ein Haken die Sache hat doch hier einen Haken pass auf guck mal Ben du bist Ripperino ja du ähm kommst da hinten an diesen wunderschönen Haken na komm werd ich nicht werd ich nicht es tut doch gar nicht so doll wie es tut doch gar nicht so doll doll wie so ist die Frage wird die äh andere Person retten kommen oder lässt sie sie sterben ach ne oh mein Gott ich habe alle ups das war jetzt also ähm das ist mir gar nicht ach ja die erste ist ja hat sich ja sterben lassen stimmt stimmt ja Freunde also ähm das war mal ne super gute Runde ja ähm danke dass ihr zugesehen habt und ich wünsche euch euch noch einen wunderschönen Tag und äh ja bis zum nächsten Mal haut rein macht's gut ciao 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 com Untertitelung des ZDF für funk, 2017